Susanna Lenger hat schon als Schülerin gern geschrieben für Schülerzeitungen, aber mit dem professionellen Schreiben hat sie erst 2008 begonnen, indem sie den ersten Roman, die Falschen Schuhe, veröffentlicht hat. Da geht es um Magersucht und Bulimie. Sie hat aber auch Kinderbücher geschrieben, 2015, und auch ein Gutang geht auf Wanderschaft, wo es eben um Toleranz und Anderssein geht. Und 2022 ist das Buch Bilder der Vergangenheit herausgekommen, wo sie sein Roman auch, wo sie aber wahre Geschichten eingepackt hat, die Menschen in der NS-Zeit erlebt haben. Das neueste Buch von ihr ist das geheimnisvolle Tagebuch. Sie hat aber auch einen Krimi geschrieben, plötzlich verschwunden, der bereits in der zweiten Auflage ist, und die Verlage warten schon auf ihre nächsten Bücher. Also, ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Lenger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, gerne. Es hat mich gefreut, dass ich eingeladen wurde. Das hat ja auch einen bestimmten Grund, weil Sie als Autorin hier in der Region sehr bekannt sind und überall immer lokale Lesungen machen, in Hitzing und auch in Mauer jetzt, die Kinderbuchlesung. Und es ist nicht interessant, dass wir ein bisschen was über Sie erfahren. Wie sind Sie zum Schreiben eigentlich gekommen? Ja, ich habe schon in der Schule, im Gymnasium bei den Usulinen begonnen, in einer Schülerzeitschrift zu schreiben. Ich war dann auch ein Jahr in Salzburg, da habe ich eigentlich am meisten geschrieben, da habe ich auch Gedichte geschrieben. Und dann ist das Schreiben durch Familiengründung und Brotberuf ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Ich habe aber immer wieder Manuskripte fertig gehabt, die zwar nicht veröffentlicht wurden und erst eigentlich viele Jahre später habe ich dann einen Roman über ein magersüchtiges Mädchen verfasst, Die falschen Schuhe. Der wurde dann relativ schnell bekannt. Der ist als Präventionslektüre in Gymnasien gelesen worden und in Schulen auch einmal im Rathaus bei einer Veranstaltung. Und das hat mich eigentlich motiviert, dann ein altes Manuskript auch wieder auszugraben, neu zu bearbeiten und dann zu veröffentlichen. Das ist ein komplett frei erfundener Roman, und plötzlich verschwunden hat er geheißen. Der wurde dann in zweiter Auflage mit einem neuen Titel. Vor zwei Jahren ist der herausgekommen bei einem neuen Verlag und heißt jetzt der falsche Augenblick. Sie haben gesagt, Sie haben einen Brotberuf gehabt, um allen Menschen Mut zu machen, die auch einen Brotberuf haben und gern künstlerisch tätig wären. Was war denn das für ein Brotberuf, den Sie hatten? Ja, ich habe eine medizinische Ausbildung gemacht. Ich bin EEG-Assistentin. Ich habe dann jung geheiratet und habe dann mit meinem Mann zusammen in einer Praxis gearbeitet und da relativ schnell zwei und dann noch ein drittes Kind bekommen. Und da war dann fürs Schreiben nicht so viel Zeit, was mir rückblickend ein bisschen leid tut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist mir die Zeit für meine künstlerische Karriere ein bisschen verloren gegangen. Aber das kann ich jetzt gut aufholen. Mittlerweile sind die Kinder natürlich erwachsen und jetzt bin ich so richtig angekommen in dem, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Das ist offensichtlich auch nie zu spät, weil manche denken sich, naja, ich bin nicht zum Schreiben gekommen früher und jetzt bin ich gar nicht mehr so drinnen und komme da nicht mehr rein. Aber wie man bei Ihnen sieht, geht das sehr gut noch, auch wenn man dann später beginnt, nach den Kindern funktioniert es immer noch. Ja, das funktioniert eigentlich recht gut. Und mit dem Schreiben, man muss halt diszipliniert sein, aber man kann sich die Zeit auch sehr gut einteilen. Es macht ja keinen Unterschied, ob man jetzt mitten in der Nacht schreibt oder um drei am Nachmittag. Dadurch ist es eigentlich eine Tätigkeit, die man sehr gut jederzeit ausüben kann. Den Proberuf üben Sie jetzt nicht mehr aus? Nein, den übe ich nicht mehr aus. Den übe ich eigentlich schon lange nicht mehr aus. Also nach der Geburt vom dritten Kind habe ich nur mehr gelegentlich außer Haus gearbeitet und habe mich dann mehr der Familie gewidmet. Aber die Familie, das vergisst man ja oft, das ist ja auch ein Fulltime-Job. Ja, das war schon ein Fulltime-Job. Genau, das war ein Fulltime-Job. Und da kommt man dann wirklich, hat man auch nicht mehr die Ruhe dann zu schreiben und sich der Zeit zu nehmen. Und dazwischen habe ich aber immer wieder viele Gedichte und vor allem auch viele Kurzgeschichten geschrieben, weil das Schreiben halt auch ein Ausdruck meiner selbst ist, ob das jetzt veröffentlicht wurde oder nicht. Das war mir in vielen Jahren eigentlich nicht so wichtig. Was viele interessiert, die selbst schreiben, wie kann man eigentlich etwas veröffentlichen? Ihnen gelingt das offensichtlich sehr gut. Man muss natürlich sehr gute Texte verfassen, aber ist es tatsächlich so, dass man diese Tour durch alle Verlage durchmachen muss und halt hofft, dass dann irgendeiner das Buch nimmt? Anders geht es nicht. Ja, es ist sehr, sehr mühsam, einmal einen Fuß in der Tür zu haben. Es ist mir dann mit dem ersten Buch, das wurde bei einem kleinen Verlag, ist auch herausgekommen. Und dort ist es gar nicht gegangen. Dort ist es eigentlich, also es war gar nichts. Und ein anderer Verlag, eine andere Verlegerin hat das aber entdeckt und da hat mir auch meine jüngste Tochter beim Neuvermarkten sehr geholfen. Sie hat sehr viele Zeitschriften angeschrieben und die hat eigentlich die PR gemacht. Und durch Zufall hat es dann eben das Verlag aus Herrn Nahls das Buch aufgegriffen und zu dem gemacht, was es dann geworden ist. Also es ist eine hochkomplexe Sache, dass man auf der einen Seite Verlage finden muss, auf der anderen Seite selbst auch Werbung machen muss, dass man bekannt wird und dass man wieder auch Verlage einen bemerken und so. Also es ist wirklich nicht leicht, da hineinzukommen. Nein, nein, das ist gar nicht leicht. Es gibt wahrscheinlich auch sehr viele, die da hineindrängen in diesen Markt. Haben Sie da einen Überblick? Nein, ich habe keinen Überblick, aber es stimmt, es drängen wahnsinnig viele. Jährlich wahnsinnig viele Bücher kommen neu heraus. Ich habe es jetzt auch bei der Buchmesse wieder gesehen. Die Anzahl der Neuerscheinungen sind immens. Was auch interessant ist, ist, dass Sie so vielfältig schreiben, weil das erste Buch war jetzt über Magersucht und Bulimie, also ein Thema, das natürlich gerade bei Jugendlichen sehr gut ankommt und dann haben Sie wenige Jahre später dann ein Kinderbuch geschrieben und es ist doch selten, dass Leute Bücher für Erwachsene und Kinderbücher parallel schreiben. Manche spezialisieren sich auf das eine oder auf das andere und Ihnen dürfte es nicht schwerfallen. Ja, es stimmt, es fällt mir eigentlich nicht schwer. Und das Kinderbuch, das war mir auch ein besonderes Anliegen gegen Fremdenhass und gegen Mobbing innerhalb von der Schule, eine gewisse Gleichberechtigung anzukämpfen. Und da ist mir dieser Bubu in den Sinn gekommen und das habe ich dann eben über diesen Bubu, diesen kleinen Affen, der eine neue Familie sucht, so habe ich das dann zum Ausdruck gebracht. Und jetzt kürzlich habe ich einen Workshop gemacht in einer Volksschule, vierte Klasse und die Kinder waren fantastisch. Die haben wirklich das Thema sehr gut aufgearbeitet und sehr gut aufgegriffen. Wie läuft das? Da lesen Sie zuerst aus dem Buch vor und dann sprechen Sie drüber. Ja, ich habe in Blöcken gelesen, immer kurze Abschnitte und dazwischen den Kindern Fragen gestellt und dann haben wir so einen Fragenkatalog, habe ich an die Tafde geschrieben. Die Kinder haben das dann auch noch grafisch dargestellt, die einzelnen Antworten, die sie selber gegeben haben und zum Schluss haben wir dann noch ein Spiel gemacht und die Konklusio war, also sechs Kinder waren die eine Gruppe und 18 Kinder die andere Gruppe und es war dann in einem Puzzle, hat es geendet und jedes Kind hat ein Puzzleteil gehabt und wenn diese sechs Kinder nicht in die Gruppe hineingekommen wären, dann wäre das Bild nicht entstanden. Und das war die Konklusio für das Buch, dass nur das Gemeinsame macht einen stark und eint einen. Und das Kinderbuch kann man natürlich auch als Erwachsener lesen, weil es ist sehr schön illustriert. Ich habe immer gesagt, wie es rausgekommen ist, es ist auch ein Kinderbuch für Erwachsene. Das ist sehr wichtig bei den Kinderbüchern, dass man sie schön illustriert. Man muss da wirklich auch jemanden kongenialen finden, der die Bilder... Wie funktioniert denn das? Ja, das ist eine ältere Dame, mit der bin ich sehr gut befreundet, eine Künstlerin aus Thulen, der Linde Zickler. Mit der zusammen habe ich das gearbeitet. Also lang bevor es rausgekommen ist, haben wir schon beschlossen, dass wir mal was machen wollen. Und dann habe ich zuerst den Text gehabt und der hat ja gut gefallen. Und so ist dann dieses Kinderbuch entstanden. Also zuerst der Text und dann haben wir die Bilder nach dem Text angezeichnet. Genau so funktioniert das. Das ist sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich Bilder habe, dass ich auch einen Text zuschreiben könnte. Also es wäre grundsätzlich auch möglich andersherum. Aber in dem Fall war es eben so, dass erster Text war. Du hast mich jetzt wundert, weil das ist ein sehr schönes Buch und von der Idee her und sehr lieb, wie das ja Orangut dann da auf Wanderschaft geht und verschiedene Stationen und dann auch sein Glück findet und so. Warum ist es denn nicht in den Sinn gekommen, noch ein weiteres Kinderbuch zu schreiben? Das ist doch schon lang her, acht Jahre jetzt, und Sie haben jetzt aber kein weiteres Kinderbuch geschrieben und ich richtig informiert bin. Ja, das stimmt. Da bringen Sie mich eigentlich eher auf eine gute Idee. Könnte ich ja mal wieder ein Kinderbuch machen. Wir können auf diesem Weg auch Menschen ermuntern, die illustrieren wollen, dass sie mit Ihnen vielleicht zusammenarbeiten und dass sie da mit Ihnen zusammenkommen. Ein sehr berührendes Buch. Haben Sie jetzt gerade, also 2022, die Bilder der Vergangenheit, wo es um die NS-Vergangenheit gegangen ist, wo Sie den Zeitzeugen auch noch gesprochen haben, was ja heutzutage gar nicht mehr so leicht ist, weil Sie schon wirklich sehr an die Jahre gekommen sind. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, da bin ich eigentlich ein bisschen durch eine Familiengeschichte auf die Idee gekommen. Eine meiner Großmütter war selbst Jüdin, also Halbjüdin, das darf man nicht mehr sagen, aber Halbjüdin durch ihre Mutter. Die ist aber sehr gut durch den Krieg gekommen. Die war blond und blauäugig und eine ausgesprochen taffe Person. Und irgendwann einmal habe ich begonnen, mehr Fragen zu stellen. Meine Mutter hat damals auch noch gelebt, meine Großmutter leider nicht mehr. So ist dieses Thema für mich eigentlich interessant geworden. Und dann habe ich Zeitzeugen, zuerst innerhalb im Freundeskreis, und da bin ich aber dann relativ schnell weitergereicht worden, dass ich mit vielen Zeitzeugen arbeiten konnte. So sind einmal sehr viele einzelne Episoden entstanden. Und da ich ja keine Historikerin bin, habe ich mir gedacht, man kann das auch leichter lesen, auch die Jugend kann das leichter lesen, wenn das in einem Roman, alles was die erlebt haben in Romanform ist. Und so ist diese fiktive Familie geboren worden. Die aber wirklich, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, also alles ist wirklich passiert, was diese Familie quasi dann ausdrückt. Also das sind die realen Geschichten, die Sie gehört haben, in diese Familiengeschichte hineingebogen. Auch so Kleinigkeiten wie dieses Mädchen, das heiraten will, und der Bräutigam, dann kommt das Telegramm, der ist gefallen, das hat mir meine Mutter erzählt, das war eine Freundin von ihr. So sind auch diese kleinen Facetten, sind alle wirklich passiert. Auch diese Episode beim Anstellen, dass eine gesagt hat, das geht mir schon auf die Nerven mit der Anstellerei, hat sie so gemurmelt, und die ist sofort verhaftet worden, und nie wieder hat man die dort gesehen. Und die Leute kannten sich, weil die sind immer zur gleichen Zeit vor dem gleichen Geschäft gestanden, und die Dame, die mir das erzählt hat, die hat gesagt, nie wieder hat man die gesehen. Da denke ich mir, das sind so Feinheiten, die großen Sachen weiß man eh. Aber diese feinen, kleinen Episoden, die das so schrecklich gemacht haben, die wollte ich einfach aufgreifen. Ihre Mutter hat aber nicht das selbst erlebt, weil die war nicht in der Kriegszeit, da war sie noch zu jung. Naja, die war ein junges Mädchen in der Kriegszeit, hat schon einiges erlebt. Ach so. Zum Beispiel, sie ist dann ganz zum Schluss, wie die Bomben in Wien waren, das ist auch von meiner Mutter, wo sie da in einem anderen Keller gelaufen ist. Sie war bei einer Freundin, und hat dann gesagt, nein, sie will heim, und dann hat sie es aber nicht mehr geschafft, und dann ist sie in einem anderen Keller, und ihre eigene Mutter, die war im Bahnhof, logischerweise, weil das junge Mädchen, ich glaube, sie war damals 14, 15 oder so irgendwie. Es ist nicht nur Familiengeschichte, sondern ich bin dann eben so weitergereicht worden. Der Hauptplot, wo die da im Keller leben, der Herr lebt noch. Das war ein Bub, ich habe das transponiert auf die Mädchen. Das macht das Ganze sehr authentisch, dass Sie wirklich so aus erster Hand die Informationen haben. Das macht das Buch natürlich sehr interessant, auch aus historischer Sicht dann, obwohl es ein Roman ist. Die Zeit ist leider immer irgendwie reif. Was jetzt weltpolitisch passiert, ist so gefährlich, wo ich mir denke, wenn man das Buch liest, kann man messen, wie schnell was passieren kann, auch an den Mädchen, an der mittleren Tochter. Das wäre die, die jetzt ihre Eltern verraten hat. Die ihre Eltern verraten hat, ja. Das ist echt. Die dann diesen Nationalsozialisten geheiratet hat, trotz auch. Nein, das ist grausam, ja. Und das ist dann wirklich kalt über den Rücken. Und vor allem, wenn man danach weiß, sie haben das nicht erfunden, sondern stimmt. Ja, sowas kann man gar nicht erfinden. Ja, das will man gar nicht erfinden. Aber wenn es passiert ist, ist es wichtig, dass man sagt, was alles möglich ist. Das ist ja unglaublich. Das neueste Buch, das jetzt haben wir, ist das Geheimnisvolle Tagebuch. Ja, das Geheimnisvolle Tagebuch ist ein komplett frei erfundener Roman. Da geht es darum, dass eine Dame, die ist gebürtige Österreicher, Wienerin, und lebt aber seit einigen Jahren in New York, ist dort eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden und hat mit ihrer auch bereits erwachsenen Tochter, seit sie in Amerika ist, wenig Kontakt. Und die Tochter verunglückt dann, die Mutter Elisabeth heißt die, erhält einen Anruf von ihrer besten Freundin aus Wien. Die Tochter hätte einen Autounfall gehabt. Die Mutter fliegt sofort nach Wien und kommt aber zu spät. Das Mädchen ist tot, die junge Frau ist tot. Und dann macht sie sich daran, ihren Schreibtisch zu sichten und ihre persönlichen Unterlagen zu sichten, um auch Rechnungen zu begleichen oder die Dokumente mit nach Amerika zu nehmen, die Wohnung aufzulassen. Und da findet sie erst Ansichtskarten mit so kryptischem Inhalt und dann in der Schreibtischlade findet sie dann ein Tagebuch. Und zuerst blättert sie nur so ein bisschen herum und dann steckt sie es aber ein. Noch im Flugzeug am Weg nach Haus, also nach Amerika zurück, nach New York zurück, beginnt sie zu lesen und wird aber irgendwie nicht wirklich fündig. Sie kann sich nichts darunter vorstellen. Und Jahre später, fünf Jahre später, hat sie plötzlich so das Bedürfnis, mehr über ihre Tochter zu wissen. Es hat sie schon sehr belastet, dass sie gerade in den Jahren, wo sie Karriere in New York gemacht hat und auch die Liebe ihres Lebens gefunden hat, dass sie da so wenig Kontakt zu ihrer Tochter hatte. Und dann beginnt sie zu lesen und da entwickelt sich dann das Buch weiter. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt davon erzählen wollen, aber wie läuft Ihnen so der Schreibprozess eigentlich ab, wenn Sie so einen Roman machen? Ist das so, dass Sie dann einen Raum haben, wo Sie so wie der Toderer so Zettel aufpicken, auf eine Wäscheleine und da sind hängen? Oder wie arbeiten Sie da? Ja, nicht Wäscheleine, aber Zettel habe ich auch. In meinem Arbeitszimmer oder Fernsehzimmer oder wie immer man das bezeichnen will, ist es ein relativ breites Bett und ich schreibe eigentlich fast ausschließlich auf dem Bett. Da habe ich rundherum auch Zettel liegen für kurze Notizen und Anmerkungen, die dann manchmal nichts bringen, aber manchmal dann doch den Plot weiterführen. Ich bin im Moment in der glücklichen Lage, dass mein Verleger vom Mediemont Verlag, das ist ein deutscher Verlag, dieses Buch schon vorab wollte. Also er hat zu mir gesagt, wann kommt das Neue? Und das ist natürlich ein Traum für einen Autor. Die Verleger wollen aber dann schon einen ungefähren Fahrplan, ein sogenanntes Exposé. Das muss man jetzt nicht unbedingt eins zu eins umsetzen, aber es sollte so ein Fahrplan sein. Ich habe dann, das möchte ich aber jetzt nicht verraten, den Schluss von dem Buch geändert. Das stört Verleger nicht. Aber sie sollten ungefähr wissen, worum es geht. Macht das ein bisschen Druck, weil der Verleger, man kennt das ja so von anderen Autoren, dass die oft wahnsinnig unter Druck, also was ich, ich habe das von der Ingeborg Bachmann jetzt gelesen, dass der Verleger schon nachgereist ist und ich weiß nicht, was alle vielleicht schon wieder was haben wollten, sie aber nicht schreiben konnte oder so eine Schreibpause gebraucht hat. Man schafft das auch Druck, wenn der Verleger sagt, wir müssen das Buch jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommen, da kommen sie wieder gut. Bei dem letzten war es ein bisschen Druck, bis dahin nicht, weil es geht immer auch ums Geschäft und er wollte, dass das auf jeden Fall vor der Buchmesse fertig ist und ich natürlich auch, dass es ins Weihnachtsgeschäft reinkommt. Da war es vor dem Sommer ein bisschen Druck und ich recherchiere ja sehr genau. Das Buch spielt teilweise auch in Athen, nur über Google Map wollte ich auch nicht Plätze und Orte angeben. Ich bin dann im Sommer mit meiner Tochter nach Athen gefahren, um auf einen Strand, der eine Rolle spielt, eine relativ wichtige Rolle. Das habe ich dann alles mir angeschaut. Das habe ich dann noch nachgereicht. Das Buch war schon für einen Verlag. Da habe ich dann noch nachgereicht und habe gesagt, na, den Strand kann man nicht nehmen, weil der passt so gar nicht in meine Beschreibung. Wir müssen den anderen Strand nehmen. Das war zwar ein bisschen ein Druck, aber es war auch sehr lustig. Ziemlich heiß, nämlich einmal Athen im Sommer, das ist auch nicht das reine Vergnügen. Nein, das war im Mai. Ach, das geht, ja. Sonst Juli, August, glaube ich. Ja, das war im Mai. Ja, das ist ein echtes Engagement. Dieses Breitgefächer, das Sie haben von Gedicht, Kurzgeschichte, Kinderbuch, Krimi, es ist unglaublich kreativ, wie man sieht. Kommt Ihnen da die Sachen, die Projekte gegenseitigen Konkurrenz so in Ihrem Kopf sogar, dass Sie sagen, jetzt könnte ich das machen und das machen und das machen und Sie müssen sich für irgendwas entscheiden oder ergibt sich das von selbst, was Sie dann als nächstes machen? Ja, das ist ein bisschen ein Stress für mich und ein bisschen ein Druck für mich, weil ich würde jetzt gern was Neues schreiben und jetzt habe ich aber die Lesungen und die Vermarktung vom Buch und was für mich schwierig ist, ist die Werbung. Offensichtlich ist das nicht mehr mein Genre mit Facebook und Instagram und alles. Man sollte jeden Tag irgendwas, er hat gesagt, du musst jeden Tag was posten, das fällt mir sehr schwer. Also ich habe dann zu derjenigen gesagt, du, ich kann an 400 Seiten Roman schreiben, aber es fallen mir keine zwei Zeilen für Instagram ein. Und die Vermarktung und die Werbung mit Plakaten und ja, einfach die Werbung ist einfach ziemlich schwierig. Ich meine, es hat mich jetzt gefreut, jetzt war es jetzt wieder in der Bezirkszeitung, die Lesung ist angekündigt worden. Diese Lesungen sind ja auch recht anstrengend, wenn man da so eine Lesereise macht, dass man weiß Gott, wo hinfahren muss. Das stelle ich mir recht mühsam vor. Ja, das mache ich eigentlich nicht. Das müsste der Verlag organisieren. Ich lese eigentlich nur in Wien. Ist auch nicht so einfach, stelle ich mir vor. Nicht, weil dass man dann überall die Seele kriegt und die Leute und die Werbung dort macht, also das ist schon ein Riesenaufwand. Das erste Buch, die falschen Schuhe, da war ich in Linz damals. Da gab es die Litera. Das war so eine Buchmesse in Linz. Die gibt es leider nicht mehr. Und da habe ich dort gelesen. Das war auch toll für mich, weil das erste Buch, und dann bin ich da irgendwie gleich so hineingekippt. Wie lang braucht man so ungefähr, für ein Buch zu schreiben oder bei Ihnen jetzt? Wie ist das? Wie lang schreiben Sie denn ein Buch? Und wie ist das den ganzen Tag über? Wie ist Ihre Einteilung da? Also wie viele Stunden? Oder sind das fixe Zeiten, so wie einer ins Büro geht, dass Sie in Ihr Schreibzimmer gehen und dann schreiben? Oder wie machen Sie das? Im Moment nicht, leider nicht. Aber bei zwei anderen Büchern, eben bei den Bildern der Vergangenheit, da habe ich in einem kleinen Geschäft gearbeitet. Da sind ganz wenige Kunden reingekommen. Eigentlich wollte die Besitzerin eine Studentin. Hauptsache, dass wer drin sitzt. Und ich habe gesagt, nein, ich bin keine Studentin mehr, aber ich schreibe. Und sie hat gesagt, na perfekt. Und da bin ich von 10 Uhr Vormittag bis 4 Uhr Nachmittag in dem Geschäft gesessen. Und da habe ich die Bilder der Vergangenheit zum Beispiel geschrieben. Das war für mich eigentlich das Allerbeste. Ja, da konnte man nicht aus. Da konnte man nicht aus, ja genau. Und die zwei Leute, die reingekommen sind, die haben mich irgendwie nicht gestört. Also ich habe das gut abspeichern können, auch im Kopf. Also das war eine sehr produktive Arbeit. Ich habe auch gerne im Kaffeehaus geschrieben, weil ich durch das häusliche Umfeld nicht abgelenkt bin. Also zu Hause muss man schon sehr diszipliniert sein, dass man sich nicht vom Kierspieler ein- und ausräumen, ablenken lässt und solche Sachen. Ruhig brauchen Sie es also eigentlich nicht unbedingt. Nein, ruhig brauche ich es nicht. Manche sagen, Sie brauchen völlige Stimme. Nein, nein, das brauche ich nicht. Das nächste Projekt ist ja schon im Laufen, wollen Sie ja noch nichts darüber sprechen, aber es geht auf alle Fälle weiter. Es geht weiter, ja. Es geht weiter. Schön. Zum Abschluss, um Sie noch näher kennenzulernen in unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Ja, Klaviermusik. Klassische Klaviermusik. Und gibt es einen bevorzugten Film oder ein Genre, das Sie gerne haben? Ja, ich liebe amerikanische Filme. Man lernt nie aus, ist mir jetzt spontan eingefallen. Ein bevorzugtes Buch, immer interessant bei Schriftstellerinnen. Ja, in letzter Zeit habe ich wieder vermehrt Stefan Zweig gelesen und die Angst, habe ich jetzt als Letztes gelesen. Er hat einfach einen Stil, das ist pure Leselust. Ja, da kann man immer noch ein bisschen was sich abschauen wahrscheinlich auch nicht. Ja, und einfach ehrfürchtig sein, wenn man so schreiben kann. Eine bevorzugte Speise. Der Tafelspitze, als Wienerin. Eine Lieblingsfarbe. Blau. Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten. Ja, da könnte ich das Maxingstübeln in Hitzing empfehlen und auch, das war ja ganz andere Speisen, das ist das Walk-In auf der Leinzer Straße. Ich liebe Sushi und Wiener Küche. Ja, das sind zwei sehr, sehr gute Tipps. Und wenn Sie auf Urlaub fahren wollen, fahren Sie da am liebsten? Sehr gerne nach Amerika und meine absolute Lieblingsstadt neben Wien ist New York. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin? Vielseitig. Haben Sie ein Lebensmotto? Nütze den Tag. Als Schriftstellerin, wo Sie sagen, Sie haben jetzt spät begonnen, ist das umso wichtiger, dass Sie noch alles schreiben können, was Sie gerne wollen. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden? Ja, die Elfriede Jelinek. Und was würden Sie mit ihr reden dann? Ja, ich würde Sie einfach klipp und klar fragen, wie sie zum Schreiben gekommen ist, wie sie mit den vielen belastenden Texten selber auch umgeht. Und würden Sie gerne eine Schlagzeile lesen über sich? Susanna Lenger ist erfolgreich geworden. Ja, Sie sind eigentlich schon erfolgreich, aber alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Danke vielmals, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.